hallo zusammen heute greifen wir ein thema auf welches schon ein paar tage alt aber nach wie vor aktuell ist denn es geht um den eintrag von ab auf der sogenannten threshold security liste es gibt aus meiner sicht keine oder wenige die dies und kein video das wirklich mit konkreten beispielen dient und man sich einen ungefähren eindruck verschaffen kann wie die tage die dazu führen dass so ein eintrag stattfindet jetzt genau gezählt werden wenn es sowas gibt in der hinsicht teilweise liest man es manchmal sind die angaben aber noch falsch weiter von falschen settlement zeiten ausgegangen wird insbesondere es mangelt einfach an der visuellen komponente und die versuche ich euch heute zu liefern es wird keine erklärung von investopedia oder ein vorlesen der absätze aus der reg show geben denn ich finde das hilft im regelfall nicht wirklich weiter es ist zwar ein grundverständnis dann da aber was es jetzt genau bedeutet kann man sich oftmals nicht wirklich ausmalen da die meisten inklusive mir keine profis sind versuchen wir uns das also selbst zu erarbeiten und einfach so eine diskussionsgrundlage mal zu schaffen ich werde mich noch wiederholen aber möchte das video bereits mit dem hinweis einleiten dass es verschiedene arten gibt diese relevanten tage zu zählen insbesondere die fünf tage an denen die ftd auftreten müssen um zu einem eintrag auf dieser liste zu führen und bei allen diesen annahmen die ich jetzt hier im video treffe besteht kein anspruch auf vollständigkeit oder dass das die einzige mögliche variante ist das ganze zu zählen diese tage können auch plus minus ein tag definitiv abweichen wenn euch das thema interessiert bleibt dran und seid gespannt wir steigen locker und luftig mit einer kalender ansicht ein sowas kennt ihr alle und ihr wisst auch dass ab am 22 8 offiziell gestartet ist wenn sich jetzt manche menschen schon mehr gedanken machen wollen gerade in bezug auf die ftd und wie das mit dem settlement zusammenhängt bedenkt bitte dass es einen hinweis von amc gibt dass bei ab 1 t plus 0 settlement angewendet werden kann sofern zumindest der jeweilige trade bis 11 30 us amerikanischer zeit ausgeführt wird nichtsdestotrotz gibt es aber hinweise zum beispiel von fidelity ein broker aus den usa die offenbar trotzdem t plus 2 für das settlement anwenden das aber einfach nur als als nebensatz für die nerds unter uns ich war hier vom thema ab wir bleiben bei der threshold liste und zwar wird ab seit dem 31 8 auf der threshold list geführt und diese information kam ja aber eben erst am ersten neunten heraus und somit sollte der 31 8 der besagte fünf tag in folge sein an welchem der ftd wert überschritten wurde aber da schauen wir uns jetzt auch noch mal genauer an den kalender kürzen wir uns hier in dieser ansicht jetzt mal auf die wirklich relevanten tage nämlich auf die handelstage herunter denn darauf kommt es letztendlich an die wochenenden lassen wir weg und so weiter und so fort und noch mal vorab zählt ihr tante jutta jemand auf reddit oder twitter anders ist das für mich vollkommen in ordnung wenn ihr anders zählt diese tage schreibt mir aber gerne vielleicht weshalb ihr das ganze anders seht und auf welche grundlage ihr zu dieser annahme kommt aber wir gehen weiter wir benötigen also fünf tage an denen die ftd's einen bestimmten wert in diesem fall 2,58 millionen aktien überschreiten nehmen wir den ersten tag an dem auf der liste geführt wird ist dies tag fünf und wir müssen nur rückwärts zählen das heißt hier haben wir diesen ersten tag an dem auf der liste aufgetaucht ist und dann zählen wir einfach rückwärts fünf vier drei zwei eins somit komme ich persönlich zur annahme dass ab dem 25 8 die ftd zahl entsprechend überschritten wurde und ein schwellenwert von 2,58 millionen ja überschiegen hat und im zweiten schritt schauen wir uns noch mal den chart an und hinweis hier sind die haikinashi candles wieder eingestellt damit wir den trend bisschen besser erkennen können und siehe da es wird es sehr gut damit einhergehen dass ab dem 25 8 ungedeckte leerverkäufe getätigt wurden die zu ftd's geführt haben aber natürlich ist mir auch bewusst dass ich hier vielleicht nur sehe was ich auch sehen will und daher vielleicht auch diese diese rechnung dann auch ein bisschen dadurch beeinflusst wird weil es eben einfach zu gut passt nennt man im englischen confirmation bias und dem deutschen dann ja bestätigungsfehler oder bestätigungsverzerrung daher gehen wir hier einfach mal nach diesem kurzen blick auf den chart und der entwicklung darüber hinweg und gehen weiter zum thema über es gilt aus meiner sicht einige dinge zu beachten und die gehen wir jetzt in kürze durch es können nämlich deutlich mehr ftd's vorgekommen sein als diese 2,58 millionen das ist einfach so die mindestanzahl die da stattfinden muss es müssen aber nicht unbedingt mehr sein das heißt wir müssen einfach nur diese mindestgrenze von circa 2,58 millionen knacken an fünf aufeinander folgenden tagen damit dieser eintrag auf der liste besteht was definitiv nicht gemacht werden sollte jeder tag wird neu berechnet und separat gezählt das heißt die einzelnen tage an denen die ftd's auftreten oder diese ftd's von diesen tagen dürfen nicht kumuliert werden man kann jetzt nicht rechnen am 25 hatten wir zwei millionen oder drei millionen und am 26 hatten wir drei millionen also haben wir insgesamt sechs millionen nein immer der aktuellste tag gibt den aktuellen nennen wir es kontostand vielleicht auch so ein bisschen als vergleich wieder und ihr rechnet ja auch nicht eure einzelnen werte von den kontoständen oder von den kontoauszügen zusammen darf man dort nicht machen darf man auch bei den ftd's nicht machen ebenso kann sein dass bereits ab dem zweiten tag nachdem wir diesen listeneintrag gesehen haben also ab dem ersten neunten die zahl der ftd's unter dem schwellenwert liegt und sogar bei null liegen könnte das muss einem immer im hinterkopf finde ich bewusst sein zudem man liest eben oft ja wir sind schon den dritten oder vierten tag auf der threshold security liste das ist nicht sonderlich spannend weil jede aktie die auf diese liste kommt fünf bis sechs tage auf dieser liste bleibt denn erst wenn der schwellenwert fünf tage lang durchgehend nicht überschritten wird wird dieser eintrag auf der liste gelöscht das ganze schauen wir uns auch noch mal an wir beginnen aber trotzdem noch mal ganz vorne wie kam eventuell auf diese liste hier schauen wir uns zwei beispiele an wie es gelaufen sein könnte wir können aktuell nur mutmaßen da diese ftd zahlen noch nicht offiziell vorliegen in der oberen zeile ein vielleicht realistisches beispiel bei dem die werte sehr stark differieren das heißt wir haben ja alles mögliche von null bis acht millionen und auch mal irgendwas zwischen drin mit sechs millionen 3,3 millionen die tage hier vorne sind vollkommen irrelevant wichtig wird es nach dieser zählweise die ich anwende ab dem 25.8 ab da muss der schwellenwert von 2,5 8 millionen immer überschritten sein in der unteren zeile das szenario das aufzeigt wie die mindest anzahl an ftd ausgesehen haben müsste das heißt auch hier wieder wir könnten hier komplett ohne ftd gelaufen sein und erst ab dem 25.8 geht es um die wurst und hier müssten wir dann immer mindestens dieser wert gehalten haben damit wir dann ab dem 31.8 auf der threshold liste gelandet sind ich finde es ganz ganz wichtig ich wiederhole mich darum noch mal diese werte nicht zusammenrechnen es sind immer nur 2,5 8 millionen ftd und nicht 2,5 8 millionen mal 5 oder ähnliche rechenweisen das ist glasklar so definiert ich hoffe dass hier ist jetzt nicht zu unübersichtlich hier oben kann man mehr oder weniger ignorieren ist einfach nur noch mal die darstellung vom august damit wir hier ja beim thema bleiben und damit wir noch mal vergleich haben welches wäre also der erste tag an dem der listeneintrag verschwinden könnte und warum auch hier wieder zwei beispiele einmal der september komplett ohne weitere ftd also das heißt ab dem ersten september treten keine ftd mehr auf die zahl bleibt null dann würde nach meiner rechnung im regelfall eine löschung aus der liste ab dem 9 september erfolgen mittlerweile wisst ihr es alle heute ist die börse zu in den usa und darum zählt der fünfte september nicht als relevanter tag mit im zweiten szenario haben wir vielleicht ein bisschen auch die realistischere variante wieder wir haben ein ja mehr oder weniger konstanten verlauf an ftd ist aber auch mal die zahl null aber wir überschreiten nie den schwellenwert wieder von 2,5 8 millionen und auch dann würde eine löschung aus der freund security liste stattfinden somit haben wir jetzt die grundlage geschaffen und uns auch einige szenarien angesehen und ich kann mir auch vorstellen dass manche vielleicht jetzt erstmal durchatmen müssen und vielleicht auch das video noch mal anschauen müssen und ausnahmsweise vielleicht nicht in eineinhalbfacher geschwindigkeit ansehen können oder sowas ja weil man ja auch die bilder in gänze sehen will daher wenn ich dieses video gefallen hat und der stil verständlich war kann ich auch gerne teil zwei erstellen bei dem wir dann auf die weiteren gegebenheiten eingehen können verbesserungsvorschläge zum jetzigen video sind gerne gesehen und erwünscht ebenso könnten wir bei einem teil zwei dann auf die rückfragen zu diesem video vielleicht noch mal drauf eingehen sollte es da welche geben und im zweiten teil wenn es den gibt dann würden wir uns dort anschauen warum der tag 13 beziehungsweise vielleicht auch tag 14 wichtig werden könnten also zumindest so lange auch auf der freund security liste gelistet bleibt denn denkt bitte daran FTDs können auch mit gekauften oder geliehenen aktien bedient werden je nach anzahl der gesamten FTDs bekommen wir das also vielleicht gar nicht effektiv mit weil die menge relativ gering ist und auch die auswirkungen dann relativ gering sind sei es kurstechnisch oder sei es bei den shares und loan denn das sind so die werkzeuge die dann eben angewendet werden also entweder ein regulärer kauf an der börse oder damit man diese FTDs bedient mit geliehenen aktien denn die marktteilnehmer die ungedeckte leerverkäufe tätigen werden aus meiner sicht alles daran setzen die FTD bis zu diesem entscheidenden tag 13 der wie gesagt wenn die rechnung stimmen sollte auch der 13 9 ist kann man sich dann relativ einfach merken und ja wie gesagt wenn ihr teil 2 wünscht gebt mir gerne bescheid wenn ich ist auch kein thema hat dann widmen wir uns anderen themen und ansonsten wünsche ich einen guten start in die woche genießt den vielleicht ein bisschen ruhigeren tag ohne die us börse und ja gehabt euch wohl bis dann